Let's go Herzlich Willkommen auch Freunde, zurück zu Among Us Zusammen mit Lexi, äh, Magnus, Tobi, Monty, Leon und Conny Wir sind heute auf dieser Map Was ist das für eine Map, ey? Oh, da kann ich nicht einen Raum benennen Muss mal ganz kurz gucken Äh, die müssen mal reden, damit ich das sehe Ah, egal, das sehen wir ja gleich, wenn... Oh, hier ist ein Report Äh, Leon hat hier jemanden umgebracht, nur was Okay Was für, ich hab jemanden umgebracht Äh, du bist vor mir herumgelaufen Äh, ja, okay, also ich glaub nicht, dass man so, äh, in der Runde, äh Mark, das ist ja Leon, let's go Hey, nein, ich will, Leon hat kleine Gehinderter Okay, Conny Ja, ich will Leon raus, und ich bin's, der Fall, true Es ist ein Seh, Moritz Ich wollt grad sagen, ich glaub nicht, dass Moritz so early in der Runde jetzt so hart accusen würde Also ich glaub nicht, dass die, also er einfach nichts sagt, wenn er es nicht gemischt ist Also zwei Impostor sind schon, ja, gut dass wir einen raushaben Bist du, alles, man sieht, wer das war? Ihr seid einfach getardet Es ist so safe, ich doch Moritz Ey, das ist so... Ja, aber die Sache auch nicht, ne? Ja, was soll ich denn sagen? Ja, ich vereinige ihn, ausrasten, wie immer Wie immer, glaub ich, ausrasten, die, ja, wir Wo bin ich Ach, die lauter man schreit, desto mehr unrecht Ja, die auch Wie, ja, politik, ja, schreit da mal Warte mal, hä Lacey, frag mal, du bist da in der Politik, ja? Im Bio ist er leise Im Bio ist er leise Ja, politikdiskussion, alter Tobi, ganz lang, uhr Tobi Ja, das glaubt mich in der Druck Hä, runter, danke, oh Gott Ist Licht aus? Aber Geschichte war witzig Sieht so aus, aber ist glaube ich nicht Warum hat Tobi nicht eigentlich seine Mindhap, oder was, äh, seine Ab... Seine Dings ist an die Wand geklärt Können wir erklären, können wir erklären Oh Gott, ich müsste ein Flugzeug suchen, what the fuck Ich hab hier noch nie... Ah, da ist eins Ich hab hier noch nie eins gesehen So Oh, hier Warte Ist jemand Schade, hier ist niemand Oh Gott, mein Arm ist ja nicht... Irgendwie ist mein Receiver kaputt Ich weiß nicht, was los ist Aber der funktioniert momentan nicht Und ich weiß noch nicht warum Wir müssen auf jeden Fall hier rein Äh... Ja, da steht die ganze Zeit eben Media Receiver startet 0% seit... Ungefähr einer halben Stunde Also ich weiß nicht Der scheint irgendwie ein bisschen kaputt zu sein Schade Muss ich mir morgen mal angucken Nicht mehr jetzt Denn wir nehmen immer so spät auf Immer blöd Braun ist tot Ich hab bei den Wald jetzt gesehen Das braun totes Ich hab grad eben eine KS Wo? Wo? Wo nochmal? Der liegt vor... Weißt du oben rechts das Lab Oben rechts wo es ein Vor dem Bohr da Bei dem Ding Genau da hab ich gerade eine KS Ok, pass auf Pass auf Hm... XC und ich waren links Die gar nicht die Zeit eigentlich Außer LexC hat mich vor 10 Sekunden da verlassen Ich bin einer Ja, das stimmt Und ich also links geblieben Ich hab eben gerade Moritz oben rechts Er konnte dann schon laufen Ich war 90% der Zeit links Das kann ich auch bezeugen Ich hab Moritz oben rechts allein gelassen Das ist ne schöne Zeit Wieso sollte Moritz Der Fahrrad los werden Ich war beim Teleskop und dann bin ich rechts runter gegangen Durch diesen Stimmen und da kam er raus Ich werde zum Wort Also ich würde skippen Also ich denke mal Also wenn Ich skipp auch Weil Moritz hat Leon hart rausgefickt Also wenn Leon Ja richtig Aber wenn es Leon jetzt nicht ist Wenn es Leon gar einfach gar nicht Und es jetzt doch Magdus und Mode sind Dann Das wäre wirklich selts Naja eigentlich Leute Wenn ihr 3 zusammen wart Ne Leipzig, Conny und Magnus Dann können wir jetzt einfach Filme rausschmeißen Und dann haben wir gewonnen Ne So war es ja leider nicht Hä aber Filme war doch in die Kamera Ja War nett ne Vor allem nicht die Kamera War nett Alle haben so ein Fake-Alibi Weißt du Und jetzt hab ich ihn gerade gesehen Deswegen Weiß ich nicht Wo lag denn die Leiche Darf ich das wissen Obrechts Vor dem Bohrer Vor dem Bohrer Vor dem Bohrer Ja das ist der Magnus nur hergelaufen Weil ich bin nach rechts gegangen Ja Also ich weiß Das ist nicht wahr Kann ich ihn nur wählen Also Moritz ist respekt Habe ich auch gar nicht mehr Typen Ne Moritz Ich weiß jetzt nicht Das ist respekt Ich hab aber schon Es gibt ja Es gibt ja Aber ich hab uns auf dem Kicker Auf dem Kicker Auf dem Kicker Auf dem Kicker Warte wenn wir noch zwei Imposter haben Und dann werden wir ein Kicker Ne einen haben wir noch Ist es dann nicht vorbei Ist es dann nicht vorbei Ne Ich bin nur ein Ne Ich bin nur ein Ich bin nur ein Super das haben wir geschafft Wohin muss ich Jetzt muss ich nach links Wo die natürlich alle waren Habe ich jetzt natürlich ein bisschen Angst Ist hier ne Leiche? Ne da ist keine Gut Ich muss auch hier rein So Dies wird hören Oh jetzt bin ich schon wieder hier Oh nein 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 Lass mich bloß in Ruhe Du kleiner Fratz Ach Dü 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 So Ach Alter diese Türen hier ey Och schrecklich Hä Wie wie Ich verstehe nicht wie man da reinkommt ne Nee Geh 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 Was ist das denn? Achso Ah cool Also die Aufgabe hatte ich noch nie Fertig Ah Noch eine Wiefer muss ich denn? Das kommt nicht ah nur zwei Ne Boah alter Dieser Typ ne Er läuft mir die ganze Zeit hinterher Die ganze Zeit. So, bin ich fertig? Ja, bin ich. Alter, kann der Junge mal aufhören hier? Rast aus. Ja, mach auf hier, ey. Danke. Oh, schrecklich. Ach so, oh Gott, wir müssen erst das Licht da oben machen. Ach, Mann. Sehr schön. So, sollen wir drücken? Oh Gott. Es ist Magnus. Schöner Call, schöner Call. Ach so, du hast gecallt, ups. Moritz, du ekelhafter. Ja, und warum ist es Magnus? Moritz lebt doch noch. Weil ich Magnus direkt erwischt habe, wie er da... den, äh, irgendjemanden getötet hat. Ach so. An diesem Tisch da, wo wir jetzt auch stehen. Und, guck mal, Lexi, überleg mal, ja? Ich überleg mal. Äh, Imposter gegeben hätte, ne? Dann hätten wir jetzt schon verloren. Ja, ja. Also hab ich Leon richtig rausgeschmissen. Ja, und das argumentiert, inwieweit das ist nicht du wirst? Ich hab keinen Plan. Natürlich. Weil, weil die Imposter, die können sich ja nicht gegenseitig töten. Und da wir noch niemanden rausgewählt haben, außer Leon. Ne? Du hättest Leon doch auch Postbänker, wenn du Imposter bist. Hä, ja, du hättest einfach Leon zählen können, damit du jetzt Free Alibi hast. Weh, Alex. Bis jetzt ist es schon einmal durchgegangen. Ich hab keinen Plan. Warum bin mal ich hier in dieser Dingssitz? Das ist ja logisch. Ne. Leon, ne, ich weiß, du schüttelst jetzt schon wieder in den Kopf. Ih. Sagt dir noch was? Ja. Ich weiß, dass der ist. Warte, warte, stopp. Du hast doch die Leiche gesehen. Kannst du erst mal sagen, wo die war? Ja, hier vor diesem Tisch, wo wir jetzt sind. Conny hat wahrscheinlich in den Byte jetzt gesehen, dass, äh, verquer war noch übrig, dass Marco gestorben ist. Mhm. Und wollte dann zum Button rennen und Moritz hat mir gar genau davor geklatscht. Macht man da was im Buttonraum? Also im Raum, wo der Knopf ist? Äh, ich, ich kenne da keinen Task. Das einzige, was man noch machen kann, ist ein Meeting Conny. Das hat Conny wahrscheinlich vorgehabt. Ich denke, es ist die ganze Zeit schon, also. Lächerlich. Oh mein Gott. Lächerlich, Lächerlich. 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 Ich schreib's auch noch rein, Mann. Ich hab nach dem ersten Vogue gesagt, wer die beiden sind. Ich hab's nach dem ersten Vogue gesagt und es geht nicht durch. Oh, er ist das Game und Schaut am Schwitzen. Boah, Alter, Lexi. Du musst mehr sagen. Also, Lexi, Mann, ey. Ich versteh' dich nicht. Immer im Poster, auch wenn sie ein Crewmate ist, immer im Poster. Okay, Lexi, mach am besten jetzt so, ja, Lexi. Immer wenn du denkst, so, jetzt ihn das holen, musst du den anderen auch immer raus holen. Conny is left the game. Ey, zehn Minuten später ist wieder drin. Conny, Conny.